Auf zum Keller, zu noch mehr Cutscenes. Ich glaube, das wird das tun. Für heute. Ich bin sicher, dass Herr Magneos die Dämonen entfernt wird, aufgrund von deinem nächsten Beitrag. Vater? Nur ein bisschen länger. Nur ein bisschen mehr, und Clara wird zurück in Ordnung. Ich werde die Feier auf den Pilgrimagen und... Was ist das Sinn? Oh, was ist das Problem? Du sahst, als ob du einen Geist gesehen hast. Um, Lloyd? Das ist eine wirklich klischete Linie. Schau mal, Genus. Was machst du hier? Neil, woher ist Neil? Ich bin Angst, dass Neil nicht hier ist. Also, Neil hat mich verletzt. Was ist mit deinem Frau? Hat sie verletzt, oder was? Was ist mit deinem Frau? Sie hat ein schönes Kleid an. Oh, was ist das Monster? Sie schreit. Sie schreit in Angst. Wo? Ich sehe keine Tränen. Du musst nicht sie ein Monster nennen. Du meinst nicht... Das ist richtig. Das ist das, was von meiner Frau geworden ist, Clara. Also, das ist das, was du gesagt hast, dass alle, dass sie verletzt hat. Sie schreit. Mein Vater, der vorherigen Governor General, war ein verdammt. Denn wegen seiner Gefangenheit gegen die Zions. Sie ihn verletzten. Dann planteten die Dämonen in meine Frau, als eine Warnung. Wenn ich sie mit ihnen kooperieren, werden sie mir die Medizin, um sie zu retten. Aber das bedeutet, dass du die Leute dieser Stadt schreitst. Hey! Was interessiere ich? Wir werden die Regeln von den Zions. Zeige Sau! Der Schöne wird die Welt retten. Der Schöne der Weltregenung der Weltregenung ist nicht absolut. Nicht vergessen, dass der letzte endet in Verlust. Besonders, die Leute dieser Stadt sind mit meinem Weg zufrieden. Sie wissen einfach nicht, dass ich für die Zions. Schöne! Was bedeutet, deine Weg? Entschuldigung, deine Frau. Aber denken Sie an alle die Leute, die in dich glaubten, nur um zu verletzten. Einige von ihnen vielleicht haben sich so wie deine Frau. Schöne, Junge! Verstehen, wie deine Justiz ist absolut. Wo bist du weg? Nicht einmal beginnen zu spüren die Worten Justiz! Ich liebe diese Worten! Huch! 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 Gut gesagt, Leute! Huch! Bitte störe! Nicht, jeder ist stark genug, um gegen die Zions. Bitte störe! Cholette! Was, wenn wir gehen und die Medizin, die du schon erwähnt haben? Dann werden sie nicht mehr mit den Zions. Wird du mir verraten, was ich getan habe? Das ist nicht unser Ort, um dich zu verraten. Das ist alles. Aber ich weiß, dass Martell dich entschuldigt wird. Die Frau Martell ist immer in deinem eigenen persönlichen Regeneration. ... in mir? Absurd! Die Frau Martell würde niemals ihre Hilfe an einem unabhängigen Menschen geben. Was machst du? Wie kannst du das mit deinem Vater machen? Puzzle Lab! Ich bin ein Servant von Prohima, Leiter des 5 Grands Cardinals, die über die Dezayens regiert. Ich war nur ein Zeichen für die neue Technik der Menschenkultivation, entwickelt von Magnus. Es gibt keinen Weg, dass ein höchsterer Halt-Elf, wie ich, einen Hals von einem Vater wie dieser hätte. Ehh... einen Hals von einem Vater? Schau mal an ihn! Er hat noch nicht bemerkt, dass seine eigene Daughter tot war. Weil er zu viel beschäftigt war. Er schießt nach einer Medizin, die nicht existiert hat, um seine Monster-Liefe zu retten. Du! Wie kannest du das? Das ist nicht unser Tag. Du hast ein Lichtschwächer, ne? Moment, ich muss kurz mal gucken, sie sind immer noch auf... ... Position halten. Ja, bis ins so. Hier, Lichtschwächer! Komm, wir werden Karpus auch mal mitkämpfen und so. Komm, genau. Wir beide zusammen Karpus. 27er-Kombo, yeah. Komm, bring die Verteidigung. Sparkwald. Bringt dem nichts. Nimm stärker als du. Komm, Karpus, greif an. 24er-Kombo, 1600 Schaden. Hohoho. Wow. Böse, böse. Ähm, naja, keine Indignation. Was haben wir denn sonst noch Schönes? Absolut, absolut sieht cool aus. Absolut ist, absolut cool. Ha, ha, ha. Wortwitz. Ähm. Was? Ach, verdammt. Vergessen wird absolut. Mach mal kein Prism Stars. Verwandle mich. Also ab der Hälfte verwandelt sich das Vieh, nachdem es mich erstmal tötet. Oh. Ich hab grad gesehen, ich hab keine Wasser des Lebens gehabt. Ah, es hat sich verwandelt. Bye. Jo. Bei 7500 verwandelt es sich. Ja. 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 Oho, oho. Genau. Zack, 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 zack. Okay, Genus, bevor du jetzt noch irgendwas machst und plötzlich nach vorne läufst, du hast Pause. Zack, 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 zack. Dadadadadadam. Ich lasse noch 2700. Das sollte schnell gehen. Hoffentlich mal. Oho, 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 oho. Das ist doch nicht. Na, ha, ha, ha. Das ist doof, Freund. Ich bin schnell wiederbeleben. Ich lasse noch. Neh, 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 neh. Bep, 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 bep. Don't kill my Kratos. Nein. Don't kill me, Leute. Weil du jetzt tot bist. Bam! Nicht? Okay, dann darf ich gerade mal den letzten Schlag machen. Uh, wieder Arm greif. Oh, nur 4 Grad minus dieses Mal.